Blockaden bei meinem Kind lösen. Was kann ich tun, wenn ich in der Erziehung Fehler gemacht habe und merke jetzt gerade, dass er wirklich Blockaden oder sie Blockaden davon trägt? Ich habe in einigen Videos darüber erzählt, dass ich in meiner eigenen Kindheit nicht weinen durfte. Gewisse, die meisten in meinem Alter, ich bin 80er Jahrgang, also 81 bin ich geboren, die meisten aus meiner Zeit durften einfach nicht wütend sein oder weinen oder laut sein, sondern immer angepasst sein zu dem, was die Eltern gerne haben möchten. Dementsprechend habe ich auch meinen ältesten Sohn, der ist jetzt 14, erzogen in den ersten drei Jahren, weil er durfte nicht weinen, beziehungsweise in den ersten drei Jahren, als Baby darf er natürlich weinen, aber wenn er mit zweieinhalb wütend war und geschrien hat und irgendwas kaputt gemacht hat und dann habe ich gefragt, warum weinst du jetzt? Hörst du jetzt auf zu weinen? Das waren dann so Momente, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, das, was ich mitbekommen habe, habe ich ihm so weitergegeben. Deine Gefühle darfst du nicht zeigen. Wenn wir Fehler gemacht haben in der Kindheit unserer Kinder, dann dürfen wir eine Sache wissen, ein positiver Aspekt. Das Gehirn des Kindes, es gibt Wissenschaftler, die sagen, es gibt zwei verschiedene Quellen, die einen sagen, das Gehirn des Kindes ist ausgereift bis zum 25. Lebensjahr und dann gibt es welche, die sagen bis zum 28. Lebensjahr und bis dahin können wir Fehler noch ausbügeln. So, Punkt. Wie können wir jetzt Fehler ausbügeln? Indem wir unsere Kinder in ihren Gefühlen begleiten, anstatt gegen sie zu kämpfen. Beispielsweise ist in meinem Fall, ich habe ja gegen ihn gekämpft, er dürfte nicht wütend sein, er dürfte vielleicht nicht laut sein. Gott, das hört sich jetzt an, das hätte ich voll übertrieben. So übertrieben war es nicht. Aber gerade was das Weinen betrifft, ich habe da manchmal schon geschimpft. Das war nicht schön. Ja, also emotional, ich habe meine Kinder nie körperlich geschlagen, aber emotional habe ich drauf gehauen. Und ich sage das jetzt und ich kann das jetzt sagen, auch nicht mit viel Schuldgefühl, sondern aus dem Aspekt heraus, das passiert jedem, was passiert uns allen. Passiert nicht jedem. Es gibt Menschen, genug Menschen da draußen, die sind viel, viel weiter, auch spirituell viel weiter, bekommen ihr Kind und wissen schon, dass sie das nicht machen sollten, ansonsten hat das Kind davon einen Schaden. Jetzt aber ist die Möglichkeit da, dass ich meinen Sohn oder du, deine Tochter, deinen Sohn, begleiten kann, wenn er weint, wenn er laut wird, wenn er wütend wird, wenn er frustriert ist, dass ich nicht dagegen kämpfe. Ja, was bist du jetzt genervt? Sondern damit sitzen bleibe, dass er jetzt genervt sein darf. Dass ich das vielleicht auch benenne. Boah, ich merke, dass du gerade sehr frustriert bist. Weil ich habe dir versprochen, dein Lieblingsessen zu machen und jetzt habe ich einen Gemüseeintopf gemacht und das nervt dich. Deswegen ärgerst du gerade deinen Bruder und was auch immer. Also wenn wir sehr aufmerksam sind und unsere Kinder beobachten, sehen wir, dass wenn sie Dinge tun, die uns nerven, in dem Fall, er ärgert seinen Bruder, der Bruder weint, er isst laut. Und weiß ich ganz genau, ich hatte ihm versprochen, Lasagne zu machen und jetzt habe ich einen Gemüseeintopf gemacht. Er sieht es und ist genervt. Und er weiß nicht, wo er mit seinen Gefühlen, also ärgert er seinen Bruder. Nur als Beispiel. Dass ich dann nicht gegen ihn kämpfe, sondern das anspreche. Und in dem Moment fühlt er sich von mir gesehen. Unsere wichtigste Aufgabe ist, unsere Kinder bei ihren Emotionen zu begleiten und zu halten. Was meine ich mit halten? Ist das Kind wütend? Kann ich diese, ich will jetzt nicht sagen aushalten, kann ich mit dieser Wut bleiben? Bedeutet nicht, das darf die Wohnung auseinandernehmen. Sondern darf ich erstmal da bleiben, dem Kind in die Augen schauen und ihm das Gefühl geben, ich bin gerade da, körperlich und mental. Und Kinder merken, wenn wir mental nicht da sind und wenn wir nur körperlich da sind. Ich bin da. Ja, du darfst gerade wütend sein. Diese Emotion ist berechtigt, du darfst sie gerade haben. Manchmal ist sie aus der Sicht von uns Eltern nicht berechtigt, die Emotion. Für das Kind ist sie aber berechtigt. Können wir das Kind begleiten? Wenn das Kind in der Pubertät ist, ja mein Sohn rastet jetzt nicht aus, der wird jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Wohnung kaputt schlagen. Aber er ist auch mal frustriert. Er ist auch mal genervt. Kann ich in diesen Momenten damit bleiben? Ohne ihn anzugreifen, ohne ihm dieses Gefühl abzusprechen. Kann ich Inseln finden im Alltag, wo ich dieses Kind umarme? Einen Kuss auf die Schulter gebe, wenn er nicht möchte, dass ich ihm auf die Wange küsse oder auf die Wange. Je nachdem. Kann ich zeigen, dass ich dieses Kind wertschätze? Ja, weil wenn ich Worte sage, ich liebe dich, man nicht sagt das. Aber ich finde dieses Körperliche, gerade das Umarmen bringt viel, viel mehr als alles andere. Und da dürfen wir natürlich auch keine Grenzen übertreten. In meinem Fall. Nicht immer möchte mein Sohn eine Umarmung. Ich achte darauf, zum Beispiel, wenn er von der Schule kommt, dass ich ihm eine Umarmung gebe, dass ich ihm ein Küsschen gebe oder wenn er zur Schule rausgeht, dass ich solche Momente finde. Ansonsten nervt es. Also, ja, ich glaube, in der Pubertät nerven Mütter und Väter sowieso. Egal. Also, allein, dass sie existieren, nervt. Ich übertreibe es jetzt. Aber, ja, wie war die Schule? Wie war der Test? Das nervt schon. Solche zu viele Fragen nerven. Können wir trotzdem und gleichzeitig für dieses Kind da sein? Können wir es begleiten in seinen Gefühlen? Können wir gucken, dass wir im Nervensystem für Sicherheit sorgen? Dass, wenn das Kind sich gerade nicht gut fühlt, dass es das darf. Dass ich da bin. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Das ist der Punkt, dass wir verstehen, wenn das Kind frustriert ist, wenn es wütend ist, wenn es traurig ist, dass es das darf. Und dass ich mit ihm, also wenn das Kind natürlich kein Problem damit hat, dass ich damit bleiben kann. Und dass ich das benennen kann. Du bist jetzt gerade sehr, sehr frustriert und traurig. Und deswegen bist du gerade so laut. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag es mir. Und das Kind wird dir schon Zeichen geben, ob du raus sollst aus dem Zimmer. Oder ob es okay ist, dass du bleibst. Ob es eine Umarmung braucht oder nicht. Das kann man dann nach dem Gefühl einschätzen. Ich meine, bei Pubertierenden ist es immer ein bisschen schwieriger, finde ich, als bei kleinen Kindern. Da ist es einfacher mit dem Kind, weil das Kind will sowieso meistens die Nähe der Mutter. Es sei denn, es ist in der Pubertät, dann ist es ein bisschen anders. Genau. Das ist der Punkt, wie wir Erziehungsfehler rückgängig machen können. Weil wir damit in unser Beziehungskonto einzahlen, indem wir dem Kind zeigen, ich liebe dich, ich wertschätze dich und ich bin für dich da. Ein begleitendes Buch ist, das werde ich dir einblenden. Das habe ich jetzt so oft und irgendwie erwähne ich nur das. Aber ich bin begeistert von diesem Buch für Familien. Sieben Effekte. Egal, ich lenne es euch an. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Das zeigt nochmal, wie wir mit unseren Kindern umgehen können, egal in welchem Alter. Klein, groß, schon erwachsen und verheiratet. Wie können wir mit unserem Kind wertschätzend, so wertschätzend umgehen. Natürlich auch Grenzen setzen. Es darf natürlich nicht ausarten. Aber dass wir, also ausarten, dass es jetzt, ja, nach Haschisch und Drogen stinkt und nach Hause kommt, alkoholisiert und alles kaputt schlägt. Und ich sage, ja, Schatz, ich liebe dich trotzdem. So nicht, ne? Natürlich, ich liebe dich. Aber das machst du nicht in meiner Wohnung. Also wenn, dann zieh aus und such dir eine eigene Wohnung. Kannst du machen, was du willst. Aber mit Drogen und so kommst du mir nicht in diese Wohnung rein. Okay? Ich liebe dich. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich bin für dich da. So meine ich das in dem Fall. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein, wenn du Begleitung möchtest. Unten ist ein Link. Klick drauf und melde dich sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.